Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht, wo es um Vitamin D und Covid-19 geht. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie viele Studien es wirklich gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und es scheint sich wirklich zu bewahrheiten, dass ein enger Zusammenhang zwischen dem Blutspiegel von Vitamin D und der Erkrankung Covid-19 gibt, beziehungsweise der Schwere des Verlaufs. Und ich möchte jetzt hier in diesem Video einmal nicht selbst in Erscheinung treten. Ich glaube, viele freuen sich darüber, dass sie mich die nicht die ganze Zeit angucken müssen. Ich möchte in diesem Video sehr viele Schaubilder, Untersuchungen, Grafiken zeigen, die belegen, dass es tatsächlich einen positiven Zusammenhang zwischen dem Blutspiegel von Vitamin D und der Schwere der Erkrankung Covid-19 gibt. Ich möchte mich aber hier auf keinen Fall mit fremden Federn schmücken. Die Hauptarbeit des Ganzen hat ein englischer oder amerikanischer YouTube-Kanal gemacht, Madcram, glaube ich, wird das ausgesprochen. Daraus habe ich jetzt die Grafiken übernommen und größtenteils diesen Vortrag übersetzt ins Deutsche, weil ja nicht alle des Englischen so mächtig sind und vor allen Dingen auch des medizinischen Englisch mächtig sind. An der einen oder anderen Stelle habe ich durchaus dann auch noch ein paar eigene Anmerkungen gemacht. Noch einmal kurz dazu, was überhaupt Vitamin D ist. Vitamin D ist kein eigentliches Vitamin, sondern es ist mehr ein Hormon. Ein Hormon, welches die Zellmembran durchdringen kann und was am Rezeptor gebunden dann auch in den Zellkern eindringen kann und dort dann die Transkription, also das Ablesen der DNA mit beeinflussen kann. Die abgelesene DNA wird dann in RNA umgewandelt und die RNA wird dann gebraucht, um neue Proteine in der Zelle zu produzieren. Diese Vitamin D-Rezeptoren findet man wirklich in sehr, sehr vielen Zellen, unter anderem eben auch in einigen Zellen oder in vielen Zellen des Immunsystems. Diese Rezeptoren steuern dann auch in den Zellen des Immunsystems bestimmte Funktionen. Das heißt, in dem Sinne ist das Vitamin D wirklich ein Hormon, in dem es die Körperfunktionen und die Funktionen einzelner Zellen maßgeblich mit beeinflusst. Woher bekommen wir das Vitamin D? Nun, den größten Teil von Vitamin D produzieren wir selbst oder beziehungsweise sollten wir selbst produzieren durch die Sonneneinstrahlung in der Haut. Die UVB-Strahlung sorgt dafür, dass ein Provitamin dann in ein weiteres Provitamin, also eine Vorstufe von dem Vitamin D umgewandelt wird. Das wird dann in der Leber weiterverarbeitet zu einer weiteren Vorstufe und in der Niere wird dann die aktive Form daraus gebildet. Was man aber wissen muss, ist, dass auch ein Teil der aktiven Form in unserem Immunsystem gebildet werden kann. Ja, ich habe gesagt, dass das Vitamin D in der Haut produziert werden sollte, also dass wir das meiste Vitamin D selbst produzieren sollten. Das funktioniert in den nördlichen Breitengraden allerdings nicht so gut. Alles, was oberhalb dieser roten Linie ist, bekommt in den Wintermonaten so wenig Sonne ab und vor allen Dingen Sonne in einem Winkel ab, wo die Haut nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Vitamin D zu produzieren. Dazu kommt noch, dass die meisten Menschen sich ohnehin viel zu wenig im Freien aufhalten, um genügend Vitamin D zu produzieren. Also auch in den Sommermonaten, wenn man tagsüber arbeitet, im Büro sitzt oder irgendwelche Tätigkeiten im Haus verrichtet und dann erst abends nach der Arbeit rausgeht, dann steht die Sonne schon viel zu tief. Dann bekommen wir nicht mehr genügend UVB-Strahlung ab, um in unserer Haut ausreichend Vitamin D selber zu bilden. In dieser Grafik ist jetzt mal aufgeführt der Vitamin D-Gehalt und die Peaks der Influenza in Amerika. Und da sieht man sehr deutlich, dass die Influenza deutlich ansteigt, wenn der Vitamin D-Gehalt im Blut sinkt, dadurch, dass wir weniger Sonneneinstrahlung haben. Hier muss man jetzt allerdings wirklich aufpassen, das kann einfach nur eine Korrelation sein. Das heißt, dass diese beiden Dinge einfach zusammentreffen und keine ursächliche Wirkung da vorhanden ist. Aber es ist schon sehr auffällig, Vitamin D nimmt in den Wintermonaten ab und die Influenza steigt deutlich an. Ein Großteil des Vitamin D-Mangels lässt sich dadurch erklären, dass wir im Allgemeinen eine zu geringe Exposition von Sonnenlicht auf der Haut haben, um Vitamin D zu bilden. Aber auch der BMI, das heißt, das Körpergewicht kann eine wichtige Rolle spielen. Es ist umgekehrt proportional sozusagen zum Vitamin D-Gehalt. Und auch Nierenerkrankungen können dazu führen, dass wir zu wenig Vitamin D im Blut haben. Das lässt sich ganz klar erklären, dass die aktive Form von Vitamin D wird in den Nieren gebildet. Und deswegen haben wir, wenn wir Nierenerkrankungen haben, auch gegebenenfalls, je nachdem welche Nierenerkrankung wir haben, einen Abfall des Vitamin Ds im Blut. Und da wir inzwischen ja auch wissen, dass Covid-19 auch Nierenschäden verursachen kann, kann es natürlich sein, dass dadurch auch dann während so einer Erkrankung der Vitamin D-Spiegel absinkt. Die Vitamin D-Rezeptoren sind auch in einigen Immunzellen gefunden worden und steigern dort die Ausscheidung von antimikrobiellen Substanzen, antimikrobiellen Proteinen, vor allen Dingen in Monozyten und Neutrophilen. Zudem gibt es inzwischen noch eine sehr gute Evidenz dazu, dass Vitamin D die Ausscheidung eines antimikrobiellen Peptides namens Human Catalidizin steigern kann, was eine sehr spezifische, wichtige Wirkung spielt gegen Pathogene, Keime, die im Respirationsakt, also im Atemtrakt stecken. Und jetzt kommen wir mal zu konkreten Untersuchungen, die gemacht worden sind in Bezug auf Vitamin D und Alter, Hautfarbe und anderen Dingen. Hier ist 1985 schon nachgewiesen worden, dass zwischen 18-Jährigen und 77-82-Jährigen die Fähigkeit zur Bildung von Vitamin D um mehr als das Zweifache abnimmt, also halbiert wird. Eine andere wichtige Sache ist die Hautfarbe. Hier hat man untersucht, schon 2012, wie der Vitamin D-Gehalt bei unterschiedlichen Hautfarben ist. Und da sieht man eindeutig über 20 Nanogramm pro Milliliter im Blut hatten eher die Menschen mit einer hellen Hautfarbe. In der Grafik sieht man, also weiß ist weiße Hautfarbe, schwarz ist schwarze Hautfarbe. Und weil das Ganze in Amerika untersucht worden ist, haben sie noch die Mexican-American dazugenommen. Das sind die mit einer, sagen wir mal, mittleren Hautfarbe. Und da sieht man ganz eindeutig, dass unter 20 Nanogramm pro Milliliter, dass dort eigentlich nur die mit der dunkleren Hautfarbe zu finden sind und die mit der helleren Hautfarbe nicht. Also hellere Haut sorgt dafür, dass man mehr Vitamin D hat. Dunklere Haut sorgt dafür, dass man eher in das Minus reinrutscht, was den Vitamin D-Gehalt angeht. Das dritte, was den Vitamin D-Gehalt im Blut beeinflussen kann, ist das Gewicht. Das hatte ich gerade schon erwähnt, der BMI. Bei übergewichtigen Menschen konnte man eine deutliche Verringerung des Vitamin D-Gehaltes im Blut feststellen. Und der Vitamin D-Gehalt sollte dann durch orale Gabe von Vitamin D, also durch Tabletten oder durch Tropfen, beseitigt werden. Kommen wir jetzt zu einer Studie, die schon vor der Covid-Pandemie gemacht wurde, beziehungsweise da angefangen wurde. Und zwar eine Studie aus Deutschland, wo immerhin fast 10.000 Menschen untersucht wurden im Alter von 50 bis 75 Jahren, über einen Zeitraum von 15 Jahren. Also über 15 Jahre hat man dort den Vitamin-D-Spiegel, beziehungsweise die Sterblichkeit im Zusammenhang mit dem Vitamin-D-Spiegel beobachtet. In der Grafik sieht man auf der x-Achse den Gehalt in Nanomol pro Liter an Vitamin D. Und in der y-Achse sieht man die Häufigkeit, wie häufig diese einzelnen Vitamin-D-Spiegel gemessen wurden. Und dann hat man unter 30 einen Cut gemacht und über 50 einen Cut gemacht. In der Gruppe über 50 Nanomol pro Liter, das war die Gruppe, die ausreichend versorgt war mit Vitamin D. Dann die Gruppe zwischen 30 und 50 Nanomol pro Liter, das war die Gruppe, wo es noch okay war. Und die Gruppe unter 30 Nanomol pro Liter, das war die Gruppe, wo ein Defizit in der Vitamin-D-Versorgung bestand. Hier wird die Angabe Nanomol pro Milliliter gemacht. Das wird auch häufig in wissenschaftlichen Studien gemacht. Gebräuchlicher ist aber eigentlich der Wert Nanogramm pro Milliliter Blut. Um da einen vergleichbaren Wert zu erzielen, müsste man den Wert Nanomol pro Liter durch 2,5 teilen. Dann bekommt man den Wert Nanogramm pro Liter raus. In dieser Grafik ist dann aufgetragen worden, wie die Sterblichkeit innerhalb dieser 15 Jahre aussah. Die Sterblichkeit an Atemwegserkrankungen. Und da sieht man ganz eindeutig, dass die Gruppe über 50 Nanomol pro Liter eine deutlich geringere Sterblichkeit hatte. Eine statistisch signifikante geringere Sterblichkeit hatte als die Gruppe 30 Nanomol oder weniger im Blut. Hier nun eine Meta-Analyse, die gemacht wurde von vielen Studien im Zusammenhang mit Vitamin-D-Gabe, dem Risiko, an einer akuten respiratorischen Infektion zu versterben. Hier sieht man alle Untersuchungen aufgelistet, die untersucht worden sind bzw. miteinander verglichen worden sind. Und auf der rechten Seite sind die Untersuchungen, wo das Vitamin-D quasi nicht geholfen hat. Und auf der linken Seite sind die Untersuchungen, die einen Benefit ausgegeben haben für die Vitamin-D-Gabe bei der Sterblichkeit. Und was man ganz deutlich sieht, ist, dass die Sterblichkeit unter 1 liegt. Das heißt, dass hier statistisch signifikant nach der Gabe von Vitamin-D Patienten seltener verstorben sind. Eine Studie aus Japan, die 2010 veröffentlicht worden ist. Und zwar ging es da um den Zeitraum Dezember 2008 bis März 2009, wo man Schulkindern, 334 Schulkindern, Vitamin-D zugeführt hat. 1.200 Einheiten pro Tag gegenüber einer Placego-Gruppe, die nichts bekommen haben. Und was man da ganz deutlich gesehen hat, ist, dass in der Gruppe mit dem Vitamin-D 10,8% an Influenza A erkranken und in der Placebo-Gruppe 18,6% an der Influenza A erkranken. Der Unterschied war 7,8% und mit einer sehr hohen statistischen Signifikanz. Also das zeigt schon sehr deutlich, dass die Gabe von Vitamin-D gegenüber Influenza A, also einer Atemwegserkrankung, durchaus sehr positive Effekte erzielen kann. Hier eine Studie aus dem Juli diesen Jahres, Juli 2020, wo man 17 Millionen, über 17 Millionen Covid-Fälle untersucht hatte. Und dabei über 10.000 Todesfälle. Man hat untersucht, welche Faktoren da eine größere Rolle spielen. Einmal klar, das Alter, das hatten wir schon. Die Älteren, die sind auf jeden Fall weitaus mehr gefährdet. Je älter, desto mehr Tote gab es. Und dann als nächsten Punkt, das Geschlecht, mehr Männer als Frauen sterben, woran es auch immer liegen mag, wahrscheinlich an der insgesamt ungesünderen Lebensweise der Männer. Übergewicht, das hatten wir auch schon. Übergewicht spielt eine sehr deutliche Rolle. Je mehr Übergewicht man hat, desto höher die Wahrscheinlichkeit dann an Covid zu versterben. Als letzten Punkt sieht man dann hier die Ethnien, das heißt die Hautfarbe spielt eine sehr, sehr große Rolle. Man hatte anfangs vermutet, dass gerade in Amerika die dunkelhäutigen Menschen einfach schlechter versichert sind und dadurch eine schlechtere Krankenversorgung bekommen. Aber man vermutet inzwischen, dass eben wirklich der Vitamin-D-Spiegel, der durch die dunkle Haut sehr häufig geringer ist, dass der eine größere Rolle spielt als die schlechtere Krankenversorgung, die man da ins Feld führen könnte. Dem aufmerksamen Beobachter mag aufgefallen sein, dass der Raucherstatus tatsächlich auch eine Rolle spielt. Wie anfangs sehr häufig gesagt wurde, dass starke Raucher ein sehr viel höheres Risiko haben, an Covid zu versterben, das gibt diese Studie nicht wieder. Sondern erstaunlicherweise sind aktive Raucher weniger gefährdet, an Covid zu versterben als ehemalige Raucher. Und auch weniger an Covid zu versterben als Nichtraucher. Den Mechanismus, der dahinter steckt, den kann man sich noch nicht genau erklären. Aber auf keinen Fall sollten Sie jetzt anfangen zu rauchen, um das Risiko zu vermindern, an Covid zu versterben. Denn damit steigt dann das Risiko drastisch, zum Beispiel an Lungenkrebs zu versterben. Aber trotzdem, wenn Sie jetzt rauchen, dann sollten Sie sich oder dann brauchen Sie sich deswegen keine größeren Sorgen zu machen. Rauchen ist kein, also aktives Rauchen ist kein erhöhter Risikofaktor, an Covid-19 zu versterben. In dieser Untersuchung wurde einmal aufgelistet, in welchen Regionen die meisten Covid-19-Opfer waren. Und man kann ganz deutlich sehen, dass oberhalb dieser roten Linie, die ich gerade in einem Schaubild gezeigt habe, dass oberhalb dieser roten Linie die meisten Toten zu verzeichnen sind. Je weiter links man quasi von dieser Linie wohnt oder beziehungsweise unterhalb in diesem Bild, was ich gerade gezeigt habe, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu versterben. Und je weiter weg man davon wohnt, man sieht es ganz deutlich, die einzelnen Länder, die da aufgelistet sind, je weiter weg man davon wohnt, desto höher ist das Risiko, an Covid-19 zu versterben. Im Mai diesen Jahres hat man schon einen Vergleich angestellt von 20 europäischen Ländern über den Vitamin-D-Gehalt im Blut und dem Auftreten und der Sterblichkeit von Covid-19. In dieser Grafik sieht man sehr schön, dass das Auftreten von Covid-19-Fällen drastisch abnimmt, je höher der Vitamin-D-Gehalt im Blut ist. Und hier sieht man die Sterblichkeit im Vergleich zum Vitamin-D-Gehalt im Blut, hier auch wieder gemessen in Nanomol pro Liter. So gibt es noch eine Vielzahl von Untersuchungen, die da gemacht worden sind. Ich lasse die jetzt hier alle mal im Schnelldurchlauf durchlaufen. Wenn jemand wirklich Interesse daran hat, sich da jede einzelne Studie anzuschauen, dann möge man Standbilder machen und sich die Papers dann selbst im Internet einmal raussuchen. Aber eindeutig ist hier bei sehr vielen Untersuchungen festgestellt worden, dass einerseits der Vitamin-D-Gehalt im Blut mit einem milderen Krankheitsverlauf und weniger Todesfällen korreliert. Und andererseits eben auch, dass die Gabe von Vitamin-D respiratorischen Erkrankungen vorbeugen kann und somit eben auch eindeutig Covid-19 vorgebeugt werden kann, beziehungsweise die Schwere des Verlaufs deutlich abgemildert werden kann. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ab welcher Dosis ist Vitamin-D toxisch? Denn Vitamin-D kann durchaus auch überdosiert werden und dadurch zu einer Art Gift werden. Bei empfohlenen Tagesdosen bei Erwachsenen zwischen 4.000 und 8.000 internationalen Einheiten pro Tag ist das durchaus relevant. Und darüber sind natürlich auch einige Untersuchungen gemacht worden, wo ich jetzt hier mal ein bisschen was vorstellen möchte. In einer Studie hat man Erwachsenen alle 14 Tage 50.000 internationale Einheiten Vitamin-D gegeben, was etwa 3.300 internationalen Einheiten pro Tag entspricht, was deutlich über dem liegt, was allgemein empfohlen wird, mit 800 internationalen Einheiten pro Tag. Und festgestellt hat man hinterher einen Wert von 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Und erst ab einem Wert von 150 Nanogramm pro Milliliter vermutet man eine Toxizität von Vitamin-D. Des Weiteren hat man Kanadier untersucht, die bis zu 20.000 internationale Einheiten pro Tag bekommen haben. Und das hat den Vitamin-D-Spiegel auf etwa 60 Nanogramm pro Milliliter angehoben und keinerlei Anzeichen von Toxizität waren zu erkennen. Man kann feststellen, dass bei der Gabe von Vitamin-D die ersten 1000 internationalen Einheiten, die man verabreicht, jeweils zu einem Anstieg von etwa 4 Nanogramm pro Milliliter führen. Und je höher man geht, desto geringer wird der Anstieg. Das heißt, dass man hinterher, wenn man über eine gewisse Dosis kommt, man pro 1000 internationalen Einheiten nur noch einen Anstieg von 0,4, also einem Zehntel des Anstiegs des Vitamin-D-Gehaltes im Blut hat. Das heißt, um sich zu vergiften mit Vitamin-D, muss man schon wirklich sehr, sehr viel Vitamin-D zu sich nehmen. Dieser Effekt tritt dann etwa bei 15.000 bis 20.000 internationalen Einheiten pro Tag auf. Was man aber beachten muss, ist wirklich der BMI, das heißt das Körpergewicht. Wenn man übergewichtig ist, dann muss man durchaus die Gaben verzweifachen, verdreifachen, um einen entsprechenden Effekt zu erzielen. Wenn Sie wirklich bis hierhin durchgehalten haben und sich das alles angehört haben, was ich gesagt habe, dann hätten Sie durchaus eine gratis-Frei-Impfung gegen Covid-19 verdient. Das steht natürlich nicht in meiner Macht, das kann ich Ihnen nicht bieten. Aber wenn Sie eine gewisse Vorbeugung betreiben wollen gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 und eventuell sogar, dass Sie überhaupt infiziert werden, beziehungsweise dass eine Infektion einen Krankheitsverlauf auslöst, dann sollten Sie Vitamin-D zu sich nehmen. Alle die Menschen, die oberhalb des nördlichen Wendekreises liegen, also oberhalb der roten Linie, sollten nicht nur bei Covid, sondern gegen alle Infektionskrankheiten, die uns hier betreffen, sollten Vitamin-D supplementieren. Und zwar Erwachsene, wenn ich es noch nicht gesagt habe, Erwachsene mindestens 4000 Einheiten pro Tag und bei Übergewichtigen eher noch etwas mehr. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video ein wenig helfen und verbleibe wie immer mit gesunden Grüßen. Ihr Dr. Ottmar Sensen